Musik Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video von mir, Luchia Dragon Mary Ja, das habe ich heute mitgenommen vom Libro Ich habe noch so Gutscheinkarten gehabt, die habe ich von der Firma bekommen Ziemlich viele und da war ich halt jetzt für Ostern einkaufen Ist ja schon in eineinhalb Monaten Schon Ja, und ich habe noch die Herbstdeko hängen Ich weiß nicht, ob man es sieht Die Eichhörnchen Ist ja eigentlich herbstlich, bei den Tieren auch drüben Ja, jetzt hänge ich dann am Wochenende, wenn ich Zeit habe, auf Türschilder Ist abgestürzt, okay Ein Bursch und ein Mädel ist abgestürzt Habe ich für einen Osterbaum gekauft Dann so Ostereier mit Häschen drauf Die großen und kleinen Und so eine Tischdeko Den finde ich irgendwie süß Und nochmal Tischdeko So kleine Häschen Das sind Plupen Wäscheklammern, glaube ich, heißen die in Deutschland Das weiß ich Äh, sowas da Finde ich niedlich Und so zum Aufhängen hatte ich eigentlich ein Eichhörnchen auch Aber ich habe es vergessen aufzuhängen Und jetzt bringt es auch nichts mehr Und das ist auch niedlich So kann man mal sehen Ja Hä, irgendwas fehlt Ja Ah, irgendwas fehlt, Moment Nein, fehlt doch nichts Die Kassiererin hat es offensichtlich nicht über die Kassa gezogen Es ist weder auf der Rechnung noch sonst irgendwo Da ist es dann offensichtlich verschwunden Ich hatte noch so kleine Holzhäschen Die man auf dem Tisch schon verstreuen kann Naja, nehme ich das nächste Mal mit Soll jetzt die Welt nicht davon untergehen Aber das ist so niedlich Ist auch gleich ein Hinweis Was als nächstes bei mir einziehen darf Gar nicht auffällig Aber verrate jetzt denen auf dem Dragon Mary Kanal Nicht auf dem Tierkanal Wenn sie mich hier nicht abonniert haben Sind sie selber schuld Wenn sie es als letztes erfahren Bäh, die böse Tante hat mir Medikamente gegeben Puh, jetzt mag ich sie nicht mehr Ja Hast du Medikamente von mir gekriegt? Ja Ich habe dir eine Nudel geschenkt Dass du was isst Magst du keine Nudel? Ah doch? Ja, ja Aber er frisst... Äh, Entschuldigung Sie frisst nichts Nudel hat sie ausnahmsweise bekommen Ist eh nur Hartweizengrieß Und Freilandei Aber sie soll ein bisschen zunehmen Wobei davon nimmt man jetzt nicht so besonders viel zu Aber dass sie wenigstens irgendwas frisst Gah? Schatz Ja, ist Belohnung Das habe ich dir aber gestern am Abend schon gegeben Wieso magst du das jetzt erst? Nein, ist wurscht Ja, sowas Amazon-Paket ist gestern gekommen Habe ich heute bekommen Also gestern ist es abgeliefert worden Bei der Nachbarin Wo meine Mutter wohnt Weil da bestelle ich das immer hin Und Heute haben wir es dann bekommen Von der Nachbarin Und jetzt habe ich es So Die Baffi hat das erste Spielzeug schon in Beschlag genommen Das ist Ein Mäuse-Tunnel Soll zumindest so ausschauen wie so eine Ratte oder eine Maus Das vorher hängt noch Ist dann Hinten auch Da ist die Baffi reingekrabbelt Hat auch so ein Schweif Und Füße Und Guardians of the Galaxy Und ein Blühstrache Von einer der teuersten Marken Die es gibt Schweif Pokémon Rumble World Weswegen ich bestellt habe Freu, freu Und Eine Fließdecke Mit Drachen Dragons Drachen Ziemmer leicht gemacht Mit dem Motiv Vom zweiten Film Da wo er schon älter ist In Mamis Alter In meinem Alter Ja Da ist er in meinem Alter Aber es ist leider kein Esther Kein Esther Hicks Nein Der ist nur im Film Ja Und der hat schon wen Der hat die Astrid Und ich habe die Baffi Ja Und die passt sogar durch Ja Es ist auch für Hunde geeignet Wie man sieht Na Bisschen Bisschen Specky bist du Specky So Das sollen die Augen darstellen Ist mit Polster drinnen Den man waschen kann Nur die Augen sind nicht Ganz gerade Oder das Da ist nicht ganz gerade Ich weiß nicht Da will jetzt jemand spielen Das muss ganz lustig sein Wir kamen gerade Vom Meerscheinchenvereinsabend Da haben wir den ganzen Abend Uns mit einem Mädchen beschäftigt Ja Das war ganz lustig Ich hoffe euch hat das Video gefallen Wir gehen jetzt noch füttern Und dann gehen wir schlafen Und dann müssen wir wieder arbeiten morgen Tschüss Bis zum nächsten Video Gell Baffi Tschüss